Es ist ungebrocht hier, was gerade auf der Bühne passiert ist. Gib mir mal die Tonart. Ich muss sagen, es ist jetzt für mich tatsächlich ein bisschen tief, natürlich, weil Marco ist gerade im Stimmbruch und ich bin da schon seit zwei Jahren raus. Aber ich lass ihn eh mehr singen, deswegen. Ich mach nur die erste Strophe, okay? Und den Rest darfst du singen. Vielleicht mach ich noch irgendwo die Ammonie dazu. Wir werden sehen. Okay. Gib mir mal die Tonart, oder? Musik Going Bernd Sorry. Pass mal wieder an. Ich bin raus! Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht.